ARD Text im Auftrag von Funk Der Tor ist ein Nikolaus-Ritt, ist ja auch schon der Zweite. Wir reiten jetzt ein bisschen gemütlich durch Wald. Circa 12 Uhr, bleiben wir im Tal der weißen Köpfel, da gibt es ein bisschen was zu trinken. Und so geht es 14 Uhr, ist der Tag. Ich hoffe, wir haben viel Spaß. Alle bleiben heil und gesund. Wenn wir wieder in Celun hier landen, circa 16.30 Uhr. Wer möchte, kann sein Pferd hier abstellen. Dann am Celun müsste bezahlt werden. Um halb acht, circa, gibt es Spanferkel satt für alle frei. Also wer Hunger für uns hat, bitte hierbleiben. Eine Mitte hätte ich noch, um möglichst Karriere zu bekommen. Die Flaschen und das Breckel bitte nicht in den Wildnis nehmen, sondern in die Fahrtasche. Danke, viel Spaß. Danke. Danke. Das ist der erste Abstieg. Komm! Komm! Komm her! ... ... Untertitelung. BR 2018 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 Oh, brrrr! Oh, brrrr! Hey! Loh! Loh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020